Also wir sind hier, Matra in Osttirol. Das Hotel ist eigentlich im Zentrum und der Zubringer zum Großglocken oder so heißt es, liegt also ungefähr 1000 Meter von hier entfernt. Wie ein Skishuttle, der den ganzen Tag fährt, vor dem Hotel stehen bleibt und die Gäste noch runterbringt. So funktioniert das bei uns.